Hallo! Ich bin Timo und ich bin hier am großen Silbersee in Leverkusen und ich zeige euch heute mal, was es hier so gibt. Es ist hier ein Naherholungsgebiet und es gibt einen großen und kleinen Silbersee. Ja, kommt mal mit! Ein kleiner Videokroß vom Silbersee in Leverkusen. Heute wird es heiß ohne Ende. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.